Hallo, mein Name ist Alexander Baal und das hier ist das nagelneue Nokia Lumia 1320. Ein Smartphone aus dem Hause Nokia mit 6 Zoll großem Display, deswegen dieses Wortspiel Phone, Tablet, ein Phablet. Es hat HD Auflösung, IPS Technologie, es ist WLAN mit dabei, LTE ist mit dabei, Bluetooth natürlich auch. Aber wissen Sie was, die Technik spielt gar nicht so die entscheidende Rolle. Sehen Sie das auch, ich habe diese Kachelansicht, die ich von Windows 8 her kenne. Das Lumia 1320 ist wie viele, viele andere Nokia Smartphones mit Windows Phone als Betriebssystem ausgestattet. Und ich möchte jetzt einfach in den kommenden Videos mit Ihnen gemeinsam dieses Lumia 1320 kennenlernen. Was ist im Lieferumfang, wie richte ich das ein, wie funktioniert und wie bediene ich überhaupt Windows Phone. All das schauen wir uns in den kommenden Videos gemeinsam an. Los geht's!